Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, das wird jetzt ein Double Unboxing sozusagen. Also Unboxing nicht wirklich. Na, hier reicht das Unboxing. In meinem Hangout hatte ich ja gesagt, dass zwei Unboxing kommen, aber die sind nicht da. Also beziehungsweise ich habe sie am Laptop aufgenommen und die sind nicht da, die Videos. Ich weiß nicht. Ich habe dafür Videos, wo meine Kamera einfach so angesprungen ist, aber die, wo ich was gemacht habe, sind nicht da. Aber ich wollte euch das trotzdem zeigen, weil ich gesagt habe, was ich geholt habe. Dann habe ich einmal von CSL mir so eine kleine Karte geholt. Die erweitert meinen Laptop praktisch um zwei USB 3.0 Anschlüsse. Funktioniert auch recht super. Habt ihr jetzt schon eine Weile drin und Headset und so funktioniert echt klasse damit. Ich werde dazu denn demnächst nochmal ein kleines Video machen und euch zeigen, wie die am Laptop rinkommt und so. Das kommt alle demnächst. Dann habe ich von Spaßkostet mal wieder was bestellt. Ein Pullover. Hatte ich ja schon angekündigt. Hier hat noch so ein Bierdeckel mit dazu gekoscht. Erstmal den Pullover holen. Hier muss ich noch umdrehen. Den fand ich recht geil, den Pullover. Dann habe ich gedacht, dann brauchst du ja sowieso noch Pullover. Du brauchst dir mal einen Pullover. So, und zwar diese hier. Da ist er. Oben steht dann halt, wir sind Heiden. Und unten rechts, da seht ihr doch, da steht es, wir bleiben Heiden. Und da ist ein Wikinger, der so ein Mönch den Kopf abhackt. Ja, und am Ärmel steht auch in Ruhenschrift. So machen, dass ihr es vernünftig seht. Ne, fangt schon. So rum. So, steht auch Heiden. Auf beiden Ärmeln steht das drauf. So, nochmal umgekrempelt hier. So, dass meine Katzen den nicht vollhaaren. So. Und das war es auch schon. Ja, die habe ich mir bestellt. Die Links werde ich wieder unten drunter packen, damit ihr so auf dem Laufenden seid. Kommt nochmal ein Pullover, der liegt hier schon. Kam nämlich gerade die Post. Und dann kam noch ein Paket, die werde ich jetzt noch machen. Also das Unboxing zu dem anderen Pullover. Und euch dann ein bisschen was erklären zu. Dann kommt ein Vor-Unboxing wieder mal, wo ich ein Paket öffne, wo mehrere Sachen drin sind, dass ihr wisst, was in der nächsten Zeit kommt. Ja, da freue ich mich schon mal drauf. Bis dahin verabschiedet mich. Ahoi. Sagt euer Odin. Sagt euer Odin. Untertitelung des ZDF, 2020